Herzlich willkommen zu einem Leben in Australien Interview. Bei mir ist heute Sabine, sie ist 38 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo, wie geht's? Sehr gut, und wie geht's dir? Ah, wunderbar, wunderbar. Sabine, worüber möchtest du denn mit uns heute reden? Wie ich auf Australien gekommen bin und warum ich bleiben musste. Es war hier nicht so wirklich die Wahl, ich musste in Australien bleiben. Du musstest bleiben. Wann bist du denn zuerst hierher gekommen? Wie alt warst du? Ich war 21. 21, da liegen also jetzt 17 Jahre schon dazwischen. Was war denn die Motivation, warum du ursprünglich hierher gekommen bist? Ich nehme mal an, das war schon freiwillig. Es war freiwillig, ich wollte mir eine Auszeit nehmen. Ich habe zwei Ausbildungen fertig gehabt mit 20 und habe gesagt, andere verlassen gerade mal die Schule und ich darf mir jetzt mal eine Auszeit gönnen. Und bin auf Australien. So, das war eine klassische Backpacker-Geschichte mit rumreisen, arbeiten, work and travel, sowas? Genau. Einfach nur Rucksack und los geht's. So, offensichtlich bist du dann nach einem Jahr nicht wieder nach Hause. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Es gibt ja viele, die hängenbleiben, weil es ihnen gut gefällt. Aber bei dir war es unfreiwillig, sagst du? Ich habe mein Jahr fertig gemacht, aber in dem Jahr habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt und bin dann doch heim für sechs Wochen nach meinem Jahr work and travel. Aber der Mann ist mir so im Kopf geblieben und das Land. Und ich habe gesagt, ja, ich fliege wieder zurück, mache mein second year, mein zweites Jahr work and travel und schaue, wo das hingeht mit dem netten Mann, wo ich kennengelernt habe. Und bin dann wieder zurück für mein zweites Jahr work and travel. Und ja, das war alles wunderbar und wir haben uns sogar verlobt am Ende meines zweiten Jahres und ich bin geblieben. Das klingt bis jetzt ja noch sehr positiv. Das war also dann die große Liebe Anfang 20 gewissermaßen. Mehr oder weniger, ja, Anfang 20. Was weiß man von der Liebe? Wir haben uns verlobt und ich war dann auch schwanger, was auch wunderbar war. Und wir haben dann unser Partnervisor beantragt und das ist dann auch durchgekommen. Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf für alle, die keine Experten im Einwanderungsrecht sind. Also das Partnervisum ist also eine Möglichkeit, hier in Australien eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, indem man nachweist, dass man in einer dauerhaften und echten Beziehung mit einem australischen Staatsbürger ist. So, das hat also bei dir geklappt. Partnervisumsantrag genehmigt und du hattest also dann die Erlaubnis, dauerhaft hier zu bleiben. Genau, das Leben war schön. Ich war verliebt. Ich bin in Australien. Ich war dann schwanger. Ich wollte eigentlich nie ein Kind, aber schwanger mit 22 war ein bisschen wuchtig. Aber ich habe mich gefreut. Alles war perfekt, wie es sein sollte. Aber so wie wir dann verheiratet waren, war mein netter Mann, den ich kennengelernt habe, nicht mehr nett. Und mein Leben wurde zur Hölle. Ich war acht Monate schwanger und mein Leben wurde zur Hölle. Dann ist auch meine Reiseversicherung ausgelaufen und ich musste warten, bis ich auf die australische Krankenversicherung konnte. Ich habe alles beantragt, war auch kein Problem. Ich habe dann das Baby bekommen, war aber nicht versichert. Das heißt, ich durfte dann, ich habe dann eine Rechnung gekriegt für über 11.000 Dollar, um die 6.500 Euro, weil ich ein paar Probleme hatte mit Baby haben und was weiß ich. Also das war sehr wuchtig, aber war okay. Ich war immer noch Baby gehabt, immer noch verliebt, obwohl es ein bisschen tough war, wie sagt man, schwierig mit der Beziehung. Und von welchen Problemen reden wir hier? Das waren zu dem Zeitpunkt nur so normale Beziehungsprobleme oder hat sich da schon was abgezeichnet? Es hat sich was abgezeichnet. Ich war zu blind, um die Symptome zu erkennen und wieder auf Deutschland zu gehen, bevor das Baby da war. Ich dachte, so wie das Baby dann da ist, ist alles besser und es wird wieder wunderbar. Im Nachhinein, ich habe herausgefunden, mein Mann war drogenabhängig. Mein Mann hat drei Freundinnen gehabt. Während er mit dir zusammen war? Während er mit mir zusammen war und ich im Krankenhaus war als Baby bekommen, war er bei einer Freundin. Ich dachte dann, ja, wie das Baby dann da ist, dann hoffentlich wird es wieder besser. Es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Wie das Baby dann vier Monate alt war, ich war am Boden. Ich habe nicht mehr gekonnt. Ich musste aus dem Haus raus. Ich bin dann mitten in der Nacht mit Hund, Pferd und Baby abgehauen. Kann man nicht anders sagen. Es war mitten in der Nacht. Ich habe alles ins Auto gepackt und bin weg. Sehr schwierig, da ich keine Familie hier in Australien hatte. Freunde nicht wirklich, nur Bekannte. Ich bin dann zu einer Dame, ihrer Tochter habe ich damals Reitstunden gegeben. Ich habe bei der mitten in der Nacht um halb eins an der Tür geklopft und habe gesagt, kann ich bei euch über Nacht bleiben? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin kann. Ich bin dann dort für ein Jahr geblieben, Gott sei Dank. Die hat mich in der Scheune schlafen lassen. Mit dem Kind? Mit dem Kind in der Scheune? Mit dem Kind in der Scheune. Es waren dann mal zwei Quadratmeter. Es war groß genug für ein Einzelbett. Ich war dann mit vier Monaten altem Baby in der Scheune. Das ist wirklich unglaublich. Ich nehme an, der Grund für deine Flucht war auch, dass dein Mann gewalttätig geworden ist. Ja, er ist gewalttätig geworden. Und wie gesagt, ich hätte es nicht überlebt. Ich oder das Baby, wir beide wären nicht mehr hier, wenn die Dame uns nicht in ihrer Scheune schlafen hätte lassen. So, natürlich, ich gesagt, ich muss nach Hause, ich kann hier nicht leben. So, ich wollte nach Hause zu meiner Familie. Und der Staat hat auch gesagt, okay, Partner-Vesum kriegst du nicht. Du musst wieder zurück aufs Bridging-Vesum, Überbrückungs-Vesum, weil du hast ja keinen Partner mehr. Dann hat der Staat mir gesagt, du musst das Land verlassen. Habe ich gesagt, kein Problem, will ich machen. Aber die haben gesagt, ich kann mein Baby nicht mitnehmen. Du kannst das Baby nicht mitnehmen. Ich darf das Baby nicht mitnehmen, weil mein Mann nicht gesagt hat, mein Kind war Australischer Staatsbürger. Und mein Mann hätte was unterschreiben müssen. Und das hat er nicht gemacht. Das heißt, obwohl er de facto dich hochgradig missbraucht hat, hat er trotzdem da nicht das Einverständnis gegeben, dass du da in Frieden mit dem Kind ziehst? Ja, weil es war sein Sohn. Und er musste unbedingt, er dachte, wenn ihr mir keine Erlaubnis gebt, komme ich zurück. Und bin ich nicht. Residency, du kriegst ein anderes Visum. Ich weiß gar nicht, was Visa, Permanent Residence Visa haben sie mich dann drauf, nach acht Monaten. Das heißt, ich konnte endlich erkranken, mal wieder zum Doktor gehen, ohne dass es mir einen Haufen Geld kostet. Aber ja, das war extrem. Hatte der leibliche Vater in der Zeit mal Kontakt mit dem Kind? Nein. Das habe ich mir gedacht. Das heißt, er hat einfach nur blockiert, um dir zu schaden. Exakt, genau. Ja. So, das war sehr, ja, harte Zeit. Dann meine Eltern natürlich in Deutschland, ja, du musst kommen, wir zahlen dir die Flüge, wir zahlen dir für einen Reisepass. Ich habe dann Reisepässe, mein Sohn einen Reisepass machen lassen. Oh, ich wollte. Konnte ich nicht, weil ich ja die Unterschrift vom Vater brauchte. Das vielleicht auch nochmal als Erklärung für die Zuschauenden. Tatsächlich ist es so, dass man eben in Australien, wenn man ein Kind mit einem australischen Staatsbürger hat, das Kind nicht außerhalb die Grenzen bringen darf. Das heißt, man kann zum Beispiel auch, wenn man geschieden ist und ein Kind hat, nicht in den Urlaub nach Deutschland fahren mit dem Kind, ohne dass der andere Partner zugestimmt hat. Und wenn man es eben doch macht, dann ist das Kindesentführung. Und das wird auch in Deutschland tatsächlich vollstreckt, kann also einen Riesenhaufen Ärger bedeuten. Genau. So, ja, das war so mein Traum. Und dann, da wir wirklich nur in Urlaub fahren wollten, da ich mein Leben mehr oder weniger auf der Reihe hatte, alleine mit Kind und Hund und Pferd, wollte ich dann wenigstens mal, dass meine Eltern ihren Enkel sehen. Ich musste dann vor Gericht gehen und das Ganze beantragen, dass ich in Urlaub fahren darf. Das hat sich dann über fast ein Jahr rausgezogen. Wir haben die ganzen Gerichtsdrama und es hat mir über 12.000 Euro in Anwaltskosten gekostet, dass ich eine Unterschrift vom Vater kriege auf einen Reisepass. Das ist auch was, was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, diese hohen juristischen Kosten, die man hier hat, wenn Dinge schief gehen. In Deutschland ist das ja alles relativ moderat, da hat man vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung und so weiter. Das gibt es ja hier alles nicht. Hier ist man ja bei sowas wirklich vollkommen auf sich allein gestellt. Du sagst, du hast etwa acht Monate in der Scheune gewohnt und dann hast du so langsam wieder eigene Unterkunft gefunden. Dann hattest du deine Permanent Residency bekommen. Wie war das in der Zeit? Wie hast du dich da gefühlt? Ich war komplett am Ende. Ich hatte, wie gesagt, die Dame, mit der ich gelebt habe, sie war in der 60er, ich glaube 62, wie ich damals einzogen bin. Die haben mit ihrer Enkeltochter gelebt auf ihrem Grundstück und ich musste dann doch irgendwie finanziell dazu beitragen. Ich habe ihr die ganzen Hausarbeiten gemacht. Ich habe auf ihr Haus und Garten alles aufgepasst und ich habe versucht, Jobs zu finden, wo man dann Cash in Hand kriegt, also Schwarzgeld verdienen. Aber dann war ich den ganzen Tag weg und dann, bis ich dann wieder daheim war und ich habe kein Geld übrig gehabt. Ich musste dann andere Wege finden, um Geld zu verdienen. Ich musste dann Tänzer werden. Wie sagt man das? Ja. Wir reden hier von exotischem Tanz sozusagen. Strippen, ja. Ich habe dann angefangen müssen zu strippen, weil ich eigentlich nie, habe ich nie gedacht, dass ich sowas machen werde, habe ich aber dann machen müssen. Am Anfang war es sehr schrecklich für mich im Kopf. Ich denke mir, ja, ich habe ein Baby daheim, aber im Nachhinein, ich habe genug Geld verdient, dass ich dann genug Geld sparen konnte. Und es war perfekt. Tagsüber habe ich mit meinem Kind verbracht. Nachts, die alte Dame hat auf mein Kind aufgepasst, während ich dann arbeiten war. Unglaublich. Ein Jahr habe ich dann nur zwei, drei Stunden Schlaf am Tag gehabt, aber ich habe es geschafft. Also das finde ich auf der einen Seite wirklich sehr schockierend, weil letztendlich warst du ja eine junge Mutter damals, also jemand, der eigentlich erst mal sehr verletzlich oder schutzbedürftig ist und den Schutz auch verdient hat. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch wahnsinnig resilient und kreativ, um da über die Runden zu kommen, sich durchzuschlagen. Also das finde ich wirklich sehr bewundernswert. Ja, wenn man Kinder hat, man denkt, man ist resilient und man kann das alles machen. Wenn man Kinder hat, wird das Ganze sehr viel mehr stärker, der Überlebenswille. Und ich wollte, dass mein Kind die beste Chance im Leben hat und dann muss man halt machen, auch wenn man Sachen nicht machen will, dann muss man halt durch. Wirklich großen Respekt dafür. Ich glaube, viele andere Leute wären da dran zerbrochen, hätten es nicht geschafft, da durchzuarbeiten. Oh, da waren Momente, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Definitiv. Wenn man solche Probleme im Heimatland hat, das ist schon alles hart genug. Aber das Ganze im Ausland, wo man die Kultur nicht kennt, wo man die Sprache nicht kennt, das ist noch zehnmal härter. Also für mich ist ja die Geschichte, was du erlebt hast, dass es ja eigentlich der Stoff aus den Albträumen sind. Hast du das danach nochmal aufgearbeitet im Rahmen einer Therapie oder sowas? Nein. Hast du tatsächlich so durchgearbeitet, ganz alleine? Wow. Ich habe das Ganze durchgearbeitet. Wie gesagt, ich habe mein Pferd gehabt, mein Pferd, mein Hund und mein Baby und das war meine Therapie. Ich bin an einem schlimmen Tag, ich bin in meiner Pferdekoppel mit meinem Kind und bin an meiner Pferdekoppel gesessen und habe meinem Pferd alle meine Probleme erzählt. Unglaublich. Also hammerharte Geschichte, Sabine, wirklich. Und nochmal meinen großen Respekt, wie du das geschafft hast und wie du da überlebt hast, muss man ja schon sagen. Ja, es war wirklich, es war tragisch. Also ich bin damals, ich weiß noch, ich bin damals aufgewacht an dem Tag. Es war 4. Juli, Amerika sagen Independence Day. 4. Juli in der Früh bin ich aufgewacht und keine Ahnung, wo mein Mann damals war und mein Baby hat geweint im Bett drin. Und ich bin aufgewacht und ich war so fertig mit der Welt. Ich bin aufgestanden, ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe dann gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Ich bin dann in die Scheune, habe einen Hammer geholt und ich habe mir ein Messer daneben hingelegt. Ich habe gesagt, ich werde jetzt mein Kind umbringen, werde mich umbringen. Nein, das war damals, wo ich war, wie ich meinem Kind vier Monate alt war. Ich bin dann in sein Zimmer rein, habe ihn angeschaut und habe gesagt, nein, das Kind, das, ja, ich habe das Kind in die Welt gesetzt. Das verdient alles und das Leben hier will ich nicht fürs Kind und ich werde es versuchen und ich werde, wenn ich dran kaputt gehe. Das heißt, ich habe meine Koffer gepackt und in der Nacht bin ich dann abgeflüchtet, mehr oder weniger vor ihm, weil ich gesagt habe, ich will nicht so fühlen, dass ich nicht mehr kann und mein Kind nicht mehr kann. Das war wirklich, ja, das war, ich glaube, der schlimmste Tag meines Lebens, wo ich da gestanden bin, wirklich vor meinem Kind, sein Bett und habe gesagt, nein, ich kann das nicht machen. Ich habe da was in die Welt gesetzt und das Kind, das verdient die Welt und er ist mein Sonnenschein und er ist ein wunderbarer junger Mann mittlerweile und ich bin so stolz auf ihn und ich bin so glücklich und dankbar jeden Tag, dass ich damals stark genug war, dass ich aus der Situation flüchten konnte. Ja, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn und jetzt sind fast 20 Jahre vergangen. Du hast es schon angedeutet, es geht dir heute gut? Ja, heute geht es mir gut. Ich habe einen neuen Mann gefunden, der nett ist und keine Drogen nimmt und ja, nein, und ich habe ein zweites Kind gehabt, da war ein Riesenunterschied, Altersunterschied in meinen Kindern, weil ich gesagt habe, ich werde keine Kinder mehr haben, ich werde mich nie wieder in diese Situation reinversetzen, aber ich habe, ja, nein, mein Mann ist wunderbar, wir haben unser Leben aufgebaut, ich kann alle paar Jahre mal in Urlaub fahren nach Deutschland, dass ich meine Familie sehe. Meine Mutter kommt einmal im Jahr zu Besuch und die Enkel, wir tun immer Videochatten und was weiß ich mit den Kindern so und wir haben ein Haus gekauft. Ich habe immer noch mein Pferd. Das gleiche Pferd wie damals? Das gleiche Pferd. Ich habe damals das Pferd, der war sechs Monate alt, wie ich ihn gekriegt habe. Der war jetzt schwanger mit meinem Sohn und das Pferd ist mit mir durch die Hölle und das Pferd habe ich immer noch. Das habe ich schon öfters gehört, dass wirklich auch Tiere in solchen Extremsituationen einem extrem helfen können, da so ein bisschen Distanz zu schaffen und so einen eigenen Safe Space zu schaffen, egal ob es jetzt eine Katze, ein Hund oder ein Pferd ist. Ja, definitiv. Also es freut mich wahnsinnig, dass du aus diesem Loch wieder rausgekommen bist. Das ist echt eine extreme Geschichte. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Ja, manchmal liest man so in Australien Foren darüber, dass ja das Partnervisum das Einfachste ist, die einfachste Option, um hier Australien Fuß zu fassen, weil man sich den ganzen Prozess mit der Qualifikationsanerkennung spart und so weiter. Aber Geschichten wie deine zeigen eigentlich, dass das mitunter die riskanteste Art und Weise ist, sich hier dauerhaft zu etablieren, nicht wahr? Es ist sehr riskant. Mit, wie sagt man, du hast die anderen, wo du die Studenten-Visas hast oder die Sponsorship-Visas, da hast du wenigstens was, okay, das hängt nur von dir ab mit dem Partner-Visa. Es ist sehr, sehr, es hängt an beiden ab. Manche Mädels finden dann, okay, ich muss da einfach mal durch. Ja, dann haut er mir halt eine drüber. Das ist okay, weil ich darf dann im Land bleiben. Es ist es nicht wert. Es ist definitiv nicht wert. Da kommt man lieber in Urlaub oder zieht man woanders hin, wo es schön warm ist. Aber es ist nicht wert, dass man sich vor irgendjemandem anschreien oder verprügeln lassen muss. Sabine, nochmal ganz vielen Dank, dass du dich hier bei mir gemeldet hast, dass du so offen über das alles gesprochen hast. Eine harte Geschichte. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute im Leben. Dankeschön, dir auch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Wunderbar. Tschüssi.